Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Karma, karmische Liebe, karmische Partnerschaft, das gibt natürlich. Es gibt Karma. Ich glaube fest daran, dass wir nicht erstes Mal diese Lebenswege, diese Erfahrungen machen auf dieser Erde. Und es gibt natürlich auch karmische Begegnungen und es gibt natürlich auch im Bereich Liebe, Partnerschaft. Vielleicht war frühe Essen, unerfüllte Partnerschaft, die Sehnsüchte, was nicht zu Erfüllung kam. Und die Liebe war so stark, dass die Seelen begegnen sich nochmal. Und das ist die karmische Liebe und es gibt es. Und es ist auch wertvoll. Und die Geburtshoroskop zeigt das auch an. Das spiegelt sich alles im Horoskop. Und das kann man natürlich auch vergleichen. Natürlich in einer Blitzberatung kann man das nicht ausführlich klären. Aber ich kann als Blitzberatung auch mal einen Hinweis geben. Wo haben Sie Ihre karmische Lernaufgabe? Was haben Sie von der Vergangenheit mitgenommen? Betrifft es die Liebe, Partnerschaft? Gibt es diese Begegnungen? Und das gibt mal mehr Klarheit und mehr Orientierung. Wie funktioniert das? Eine Blitzberatung. Sie schreiben mir ein E-Mail. Bitte dazu schreiben Karma oder karmische Liebe. Ich benötige dazu die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ich beantworte das persönlich blitzschnell. Es ist natürlich keine ausführliche Analyse, aber ein Hinweis. Um welchem Lebensbereich haben Sie Ihre karmische Aufgabe? Und diese E-Mails beantworte ich persönlich blitzschnell und kostet eine Blitzberatung pro Fragen, pro Themen 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Das ist Dendera Susanna Medici.